Der Fluss war an die Oberfläche gekommen, und sie ging an seinem Ufer entlang durch ein enges, von Bergen umgebenes Tal. »Da«, sagte er plötzlich, und zeigte in die Dunkelheit. »Da ist die Hütte.« Sie spähte angestrengt durch das leichte Schneegestöber. Aber erst als sie näher kam, konnte sie einen winzigen schwarzen Punkt ausmachen, der vor dem weißen Hintergrund allmählich Konturen annahm und sich als ein Schrägdach auf dunklen Holzwänden entpuppte. Eine winzige Hütte, fernab der Zivilisation. Als sie sie endlich erreicht hatten, waren die Fenster und die Tür mit Schnee bedeckt. Er fegte die Schneewehen beiseite, doch die Tür selbst war zugefroren und ließ sich erst nach einem langwierigen Kampf öffnen. Darin nahm sie ihren Rucksack ab, froh, das niederdrückende Gewicht endlich abzustreifen. Es war stockfinster, außer dort, wo der Lichtkegel ihrer Stirnlampen über die Einrichtung zuckte. Zwei Etagenbetten mit Schlafplätzen für vier Personen. Sie ließ sich auf eine der dünnen Matratzen sinken, um zu Atem zu kommen. Die Hütte war primitiv. Außer den Betten entdeckte sie lediglich einen kleinen Tisch und ein paar Stühle. Vermutlich sollte sie Wanderern ein Mindestmaß an Schutz bieten, eine Zuflucht, um in der isländischen Wildnis zu überleben. Ohne Luxus jedenfalls. Könntest du uns Wasser holen? Er drückte ihr eine leere Flasche in die Hand. Wasser? Ja. Auf zum Fluss runter. Obwohl die Vorstellung, wieder und diesmal allein in die Dunkelheit hinausgehen zu müssen, sie schreckte, gehorchte sie und marschierte nur mit der Stirnlampe ausgerüstet los. Die Hütte stand an einem Steilhang. Sie bewegte sich mit winzigen Schritten abwärts. Ohne Steigeisen war es tückisch glatt. Die hatten sie beide abgenommen, nachdem sie den beschwerlichsten Teil der Strecke bewältigt hatten. Sie durfte auf keinen Fall stolpern. Sie würde den Hang hinunterrutschen und in dem kalten, nassen Schnee am Ufer landen. Als sie den Fluss sicher erreicht hatte, tauchte sie die Flasche in das eisige Wasser, wartete, bis sie vollgelaufen war, hielt noch einen Moment inne und gönnte sich einen verstohlenen ersten Schluck. Das Wasser kam direkt vom Gletscher. Rein, klar, bitterkalt und nach dem langen Marsch wunderbar erfrischend. Zurück in der Hütte zog sie ihre Jacke aus. Ihr Begleiter war damit beschäftigt, Kerzen anzuzünden, weil es in der Hütte auch keinen Strom gab. Sie half ihm, und bald brannten zehn kleine Flammen, die die Düsternis vertrieben, jedoch nicht allzu viel Wärme verbreiteten. Du solltest deine Jacke wieder anziehen, riet er ihr, sonst wird dir gleich kalt. Hier drinnen haben wir die gleichen Temperaturen wie draußen. Sie nickte, gehorchte aber nicht sofort. Sie wollte die unförmige Jacke nicht wieder anziehen. Jedenfalls nicht sofort. Er packte einen Kocher aus, den er Sprit Primus nannte, weil er die russische Bezeichnung nicht kannte, zündete ihn an und wärmte eine Dose Baked Beans auf. Sie verschlang ihre Portion gierig. Mit dem frischen Flusswasser schmeckten die Bohnen köstlich und wärmten sie von innen. Eine Wirkung, die jedoch nicht lange anhielt. Nach und nach kroch ihr die Kälte in die Knochen. Sie hätten ebenso gut draußen im Schnee sitzen können. Als sie ihre Jacke wieder anzog, war es bereits zu spät. Die Kälte hatte sich in ihr festgekrallt. Mit klappernden Zähnen lief sie in den beengten Raum auf und ab, um die Durchblutung ihrer Finger und Zehen wieder in Gang zu bringen. Koche Wasser auf, sagte er. Magst du einen Tee? Sie nickte. Jeder Schluck Tee sandte ein klein bisschen mehr Wärme durch ihren durchgefrorenen Körper. Doch dann setzte das Zittern wieder ein. Er stand auf und griff nach seinem Rucksack. Ich habe... Bekannte zögernd, fast als wäre es ihm peinlich. Ich habe etwas für dich. Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Er klang wirklich freundlich. Sie hatte nicht das Gefühl, etwas befürchten zu müssen. Und er hatte ein Geschenk für sie gekauft. Warum? Sie hatte nichts für ihn. Er öffnete den Rucksack und begann beinahe hektisch, darin herumzuwühlen. Tut mir leid. Es muss hier irgendwo sein. Tut mir leid. Sie wartete beklommen. Schließlich fand er das kleine Geschenk. Eingewickelt in Geschenkpapier, das im Kerzenlicht golden schimmerte. Hier. Das ist für dich. Er stotterte jetzt beinahe. Nur eine Kleinigkeit, die ich besorgt habe. Nichts Großes. Warum? wollte sie fragen, hielt sich aber zurück. Danke, flüsterte sie stattdessen. Er nahm das Geschenk entgegen und packte es mit vor Kälte steifen Fingern unbeholfen aus. Es enthielt eine kleine Schatulle. Von einem Juwelier. Soll ich sie aufmachen? Fragte sie und hoffte, er würde Nein sagen. Ja. Ja, nur zu. In der Schatulle lagen ein paar Ohrringe und ein kleiner Ring. Was um alles in der Welt hatte das zu bedeuten? Zuerst sagte sie gar nichts und starrte das Geschenk nur an. Hoffentlich war es kein Verlobungsring, oder? Aber nein. Natürlich konnte es nicht. Sie blickte auf. Er hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Tut mir leid. Das habe ich im Einkaufszentrum entdeckt, als ich Sachen für unseren Ausflug gekauft habe. Ich dachte nur, du würdest dich vielleicht über etwas Schönes freuen, weißt du? Du kannst es zurückbringen, wenn du möchtest. Oder gegen etwas anderes eintauschen. Ein Armband, Schuhe, was auch immer. Danke, sagte sie wieder. Dann folgte ein verlegenes Schweigen. Morgen geht es früh weiter, wechselte er hastig das Thema. Wir sollten besser gut ausgeschlafen sein. Ja, das war die Hörprobe, die uns der Hörverlag zur Verfügung gestellt hat. Was erfahren wir da? Nicht so viel. Zwei Personen, Mann und Frau, wandern zu einer Hütte. Mitten im Winter in Island. Es liegt Schnee und es ist sehr kalt. Der Mann überrascht die Frau mit einem Geschenk. Mehr passiert nicht. Doch. Am nächsten Morgen wandern sie weiter. Ich muss zugeben, eine langweilige Passage, die hier als Hörschnipsel präsentiert wird. Sie macht mich nicht im geringsten neugierig auf das Hörbuch. Wie geht es euch? Findet ihr die Hörprobe gut gewählt? Schreibt es doch in die Kommentare. Interessante erscheint allerdings der Klappentext. Hülde Hermann Stottier, Kommissarin bei der Polizei Reykawik, soll frühzeitig in Ruhestand gehen, um Platz für einen jüngeren Kollegen zu machen. Sie darf sich einen letzten Fall ersuchen. Einen Cold Case. Und weiß sofort, welchen sie annehmen will. Auch die Info über Autor Ragnar Johansson klingt gut. Seine Bücher werden in 21 Sprachen und über 30 Ländern veröffentlicht. Von der Stimme Katja Bürkle kann man sich einen guten Eindruck machen. Ihre tiefe Stimme kennt man bereits aus anderen Hörbüchern, wie zum Beispiel Die Wälder von Melanie Rabe oder Die Rivalin von Michael Robotten. Jedenfalls passt sie gut zu einem düsteren Nordic Crime Krimi. Der erste Teil der Hulda Trilogie hat eine Laufzeit von 7 Stunden und 3 Minuten und erscheint am 27.05.2020. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Hörbuch. Bitte lasst auch ein Abo da. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Hörbuch.